Hey Leute, ich bin's wieder, euer PokéManiac und heute habe ich euch ein neues Opening mitgebracht und da ich letzte Woche am Mittwoch auch eine Timbox geöffnet habe, dachte ich mir diesen Trend, setze ich jetzt noch einmal fort, bevor Sonne und Mond in Erscheinung tritt und bevor ich die Displays hier habe, um sie mit euch und für euch zu öffnen und genau da habe ich mir eine Timbox besorgt, fand aber die Booster-Auswahl in dieser Timbox blöd und hab mir gedacht, ich öffne die Timbox und pack da irgendwie noch einen Booster mehr rein und noch was kleines anderes um. Also öffne ich euch, mit öffne ich mit euch heute eine Custom-Tinbox, also eine selbstgemachte Timbox, das die von Bregaron, wie gesagt, heute erst besorgt, von Bregaron EX. Letzte Woche habe ich ja die Phinexus EX-Tin geöffnet und heute diese Tim. Deswegen habe ich hier drin aber auch, weil es eine Custom-Tinbox ist, also eine selbstgemachte und selbst erstellte, habe ich da drin einen Booster mehr reingepackt als normal. Hier drin sind nämlich nun fünf Booster. So, das Bregaron EX an die Seite, beziehungsweise das zeige ich euch gleich natürlich von Nahen. Ich zeige euch nun erstmal die Booster-Auswahl, die ich gewählt habe für dieses Opening und ich finde, das ist eine sehr gute Mixtur. Und zwar HS-Triumph als ältestes Kartenpack in diesem Opening, dann XY-Basis, XY-Flammenmeer, da drin kann auch Mega-Glorac EX sein und natürlich hier drin Mega-Tortoc EX und Mega-Bieser-Floor und hier drin kann eins von den drei natürlich drin sein. Mega-Tortoc, Mega-Bieser-Floor oder so. Und hier ein Generation-Pack. Noch da drin können auch wiederum die Starter-Mega-Evolutionen drin sein. Also, es ist ein sehr schönes durchmischtes Opening, es ist aber immer irgendwie fast ein von Turtoc. Vorne drauf, Turtoc, Mega-Turtoc, Mega-Glorac, Mega-Turtoc und hier Palkia. Also ein sehr schönes Opening. Denke ich, steht uns bevor. Und nun zeige ich euch natürlich das schöne Brigaron von Namen. Diese Booster lege ich einfach mal auf diese Tin, die hier an der Seite ist. Genau. Nun das Brigaron von Namen. Ursprünglich waren in dieser Tin, natürlich in dieser Brigaron EX-Tin. Ein XY-Pack, das ist dieses, was ihr hier seht. Und zwei Flammenmeer-Packs. Eins davon habe ich hier für das Opening genommen. Und das HS-Triumph-Booster war da drin, in diesem Fall. Genau. Also die Booster hier, die ersten drei, sind original, wie sie in der Tin waren. Und die zwei anderen habe ich mir einfach dazu geholt. Ein Evolutions-Booster, noch so gekauft. Und ein Generation-Pack hatte ich noch da, für andere Openings. Genau. Hier nun das Brigaron EX aus der Brigaron EX-Tinbox. XY-Promo Nr. 18. Mit dem Angriff Nadelrakete. Zieht 40 Schadenspunkte. Wir 4 Münzen. Dieser Angriff fügt 40 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Man darf also 4 Münzen werfen. Und je nachdem zieht dieser Angriff entweder Null, wenn man Null mal Kopf gewiffelt hat. Oder 40 oder 80 oder 120 oder 160 Schadenspunkte. Eins von den 5 Sachen. Und hier unten hat man noch den Angriff Wilder Tackle. Zieht 120 und dieses Pokémon fügt sich selbst 20 Schadenspunkte zu. 180 Kp hat diese Starter-Endentwicklung. Und nun zu den Boostern. Wir fangen natürlich mit HS-Triumph an. Hier das nette Booster-Artwork. Hier drin können Prime oder Legenden Karten drin sein. Sowas wäre natürlich ziemlich genial. Hier ist der Kartentrick glaub ich 3 vor die 2 davor. Ist schon etwas länger her, dass ich Hardgolds aus Silberpacks geöffnet habe. Um ehrlich zu sein. Müsste aber stimmen. So, hier haben wir Dicta, Vablu, Dratini. Sehr schön. Das ist eine interessante Sternkarte. Die hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass die so in dem Set drin ist. Sehr schön. So, weiter geht's im Programm. Hier nun XY. Basis. Mit dem Mega-Tortoc vorne drauf. Mal schauen, was uns hier erwartet. Den Code an die Seite, die 3 hinteren, vor die 2 davor. Und hier haben wir Skoppel, Froxy, Grammoklis, Schneckmack, Pummelnuff, Rockkaiman, Rollerskates, Rote Karte, Knuddeluff ist die Reverse. Und das ist, glaube ich, auch eine Sternkarte. Ja. Sehr schön. Und die eigentliche Sternenpack? Lapras-Holo. Das ist nicht übel. Sehr schön. Ein Holo-Pull ist immer die Sache wert. Schöner Holo-Effekt. Natürlich kann es nicht mit dem Holo-Effekt aus Evolution mithalten. Hier nun XY Flammenmeer. Hier hoffen wir natürlich auf einen guten Pull. Ein Mega-Glurak oder sowas wäre der Hammer. Als Full-Art gibt's hier natürlich auch das Glurak EX Full-Art drin. Auch ein schöner Pull, wenn wir es machen würden. Wenn wir es ziehen würden. Hier nun Taupsy, Leufeo, Sneebel, Samurzel, Flabebe, Floett, passend dazu die Weiterentwicklung, Schock-Megafon, Mil-Tank, Schutz-Schachtel ist die Reverse-Trainer-Karte. Und die Sternen ist Schadrago-Holo. Okay. Schadrago-Holo, auch ein schöner Pull. Es hat ein ganz cooles Artwork, finde ich. Vergeltung ist ein ganz guter Angriff. Kann nützlich sein in bestimmten Situationen. Nun mal sehen, was Evolution für uns bereithält. Hier mit dem Mega-Turtok EX Artwork. Mega-Turtok-Artwork natürlich nur. Die EX-Version ist natürlich nur eine Karte. Das Pack will nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. So. Code an die Seite und die drei hintersten vor die zwei davor. Hier haben wir ein Pikachu. Psychoenergie im Oldschool-Design. Glumanda. Radfratz. Dicta. Mistis Entschlossenheit. Smogon. Ist das eine Ankommenkarte? Oh! Secret Rare Pikachu haben wir hier. Das ist ein ganz guter Pull. Das freut mich. Ein Glumanda-Reverse haben wir hier. Reverse Holo. Weiß gar nicht, wo ich das Pikachu platzieren soll. Und die Stern Nidoking-Holo. Das ist auch ganz schön. Ich liebe das Holo-Muster. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Sehr schön. Da haben wir aber richtig was rausgeholt bisher. Aus den vier Boostern. Und das Evolutions-Booster, denke ich, war bisher das Beste. Mit dem Nidoking und dem fliegenden Pikachu. Nun auf jeden Fall zu Generation. Und mal sehen, was darin ist. So, die drei hinteren vor die drei davor. Das ist nur bei Generationen so. Denn dort drin gibt es ein bestimmtes Miniset. Genau. Hier haben wir Fleckmon mit der Hindöser und der Aasfresser und Magma Nebulak Feuerenergie Schlupuk Astrid Golbat Austoss ist die Reverse Holo So, aber eine Ankommen-Karte und die erste Radiant-Kollektion-Karte also die vermutlich seltenere Flauschling in Holo Sehr schön und die Stern Smetbo-Holo Das ist auch nicht übel. Also richtig viele Holo-Pulls gemacht in diesem Opening und da sind einige ganz schöne Sachen bei gewesen. Zum Beispiel das Nido-King und das fliegende Pikachu Das sind so meine Highlights Das Smetbo hier habe ich schon einige Male aber die hier davon kann man nie genug haben Hier das Lapras und das Shadrago Sehr schön Und natürlich dabei am allerwichtigsten und nicht zu vergessen ist natürlich das Brigaron EX was wir aus der Box gekriegt haben Sehr schön Die steht auch wiederum zum Tausch oder Verkauf Ja, ich hoffe ihr hattet viel Spaß und schaut auch das nächste Mal wieder rein wenn ich für euch alles mögliche unboxe Euer Pokemaniac Bis Done Das ist ja